hallo ihr lieben herzlich willkommen mein name ist thomas schmelzer von mystica tv und ich führe immer wieder gerne gespräche mit persönlichkeiten die mich einfach faszinieren die ich auch schon lange kenne und die sich natürlich mit ganzheitlichen themen beschäftigen und heute haben wir einen menschen im gespräch der sich mit sehr abstrusen aber sehr spannenden themen beschäftigt mit grenzwertigen themen die doch sehr viel näher in unserem leben sind als wir denken vielleicht und das ist frank jakob hi frank wie geht's gut ja danke dass du mich dabei hast diesmal ja sehr sehr gerne ich verfolge dich ja auch schon ein bisschen länger wir waren ja beide sogar mal im cosmic cine filmfestival parallel mit unseren filmen packing for mars ist ein film solar revolution auch ein toller film über die der bröhrs und seine arbeit und das finde ich einfach großartig und im moment bist du mit einem thema sehr präsent wie geht es dir im moment wie lebst du im moment was ist so dein dein wirken ja ich habe wie du sagst ich bin irgendwie so in einem thema gekommen dass mich eigentlich ziemlich die letzten acht monate sehr beschäftigt weil ich habe nicht damit gerechnet dass es so explosionsartig irgendwie in die welt geht und das war eben die ein bisschen wie gesagt schon grenzwertiges thema das hat mit technologien zu tun die halt nicht mainstream sind die nennt sich looking glass technologien das sind technologien die es einigen ermöglichen zeitlinien oder zeitströmen zu beobachten und natürlich daraus einen vorteil zu bekommen und da gibt es eine ganz große geschichte dahinter und ich habe diese geschichte teilweise sofern es ging versucht zu klar zu stellen und zu veröffentlichen und das hat irgendwie feuer gefangen und seit irgendwie letzten acht monaten bin ich die ganze zeit irgendwo in amerika oder manchmal auch in deutschland auf im gespräch und das allerletzte neueste ist dass ich das auch irgendwie von vom bildschirm auf die live bühne übertragen habe und jetzt gerade so ein bisschen süddeutsche tour machen einige von diesen vorträgen habe ich schon hinter mir workshop und ich gehe jetzt nach amerika aber dann wenn ich wieder da bin geht es weiter genau es wird ja auch seminare geben in stuttgart und anderen städten habe ich gehört ich habe dich erlebt im vortag und war einfach sehr beeindruckt man muss dazu sagen das mikro fiel aus du musst es ziemlich laut sprechen zu 200 leuten dann ist deutsch ja nicht deine deine ursprungssprache aber du hast so großartig wissen weitergegeben die menschen berührt und es war einfach super spannend es gab unglaublich viel neues zu lernen und wieder schon angedeutet hast du wurdest auch plötzlich jetzt international in amerika bekannt weil du einfach eine experte in dem bereich bist und weil natürlich englisch deine muttersprache ist da bist du richtig rumgereicht worden oder erzähl doch mal wie was ist das stand der dinge ja das fing also mich kennen schon leute in amerika durch und durch die arbeit die ich mit tonia medenford produziert habe filmarbeit seit die letzten zehn jahre haben wir drei voll also drei dokumentar filme und dutzende von also sendungen und andere formate produziert hauptsächlich im englischsprachigen raum liebe grüße auch antonio ihr seid ein super team ich kenne euch beide ihr wird zusammen das ist großartig zu sehen danke danke ich werde es ausrichten ja und nachdem wir diese filme veröffentlicht haben kam es dann halt irgendwie dass man halt öfters im gespräch kommt und aber diese letzte runde also war ein bisschen ruhig für eine zeit war wir haben eigentlich weniger film technisch gerade in der öffentlichkeit stehen wir arbeiten wieder an einem neuen film der dieses jahr veröffentlicht wird aber wir aber wenn man in produktion ist redet man halt nicht drüber noch das ist ein geheim ist eine geheim geschichte ist gerade mal nicht fragen verpflichtet noch ein bisschen geheim hat ist ja wird spannend aber ja es wird spannend auf jeden fall wir sind sehr zufrieden mit was jetzt gerade rauskommt aber wie gesagt dieses nebenbei dann das passiert ist war eben diese looking glass geschichte ich habe vor jahren waren helzig immer wieder so für sein blog geschrieben und hat sich diese was diese also man nennt sie hat die looking glass guardians das war diese jüngste inkarnation von diesem kapitel dieser geschichte dieser faszinierende geschichte die eigentlich schon vor 20 jahren so angefangen hat habe ich diese diese story aufgegriffen und auf jahrens plattform veröffentlicht und innerhalb von stunden durch zufallstreffer war so ein expat john nolan der erst mal in österreich gewohnt hat oder gelebt hat auf seiner page an dem tag und das war glücklicherweise nicht der erste april weil ich den jahren gesagt habe bitte nicht auf den ersten april veröffentlichen weil die geschichte schon verrückt genug und dann hat es am 31 und dann kam jan auf die geschichte und wollte sofort wissen wer ist dieser typ und hat jan angerufen und hat gesagt kann ich kannst du mir seine nummer geben lange geschichte wir kamen ins gespräch ich war die paar tage später auf seinem kanal ich hatte keine ahnung was für ein kanal es war anscheinend gab es also halbe million abonnenten und innerhalb wenigen stunden ist das viral gegangen so bis bis heute sind sicher auf der ersten sendung alleine schon halbe million leute klicks drauf und insgesamt glaube ich einige millionen haben wir schon erreicht so fast unfassbar wirklich was für zahlen von menschen da diese geschichte sich interessiert haben und das ging so eben in diese themen von zeitlinien weil das thema selbst looking glass ist schwierig für leute zu verstehen und ich glaube ich habe versucht es so zu verschachteln dass es verständlich war für normal menschen ja die idee von von zeitlinien und das ist dass ich so irgendwie auf zwei zeitlinien aufgeteilt habe obwohl ich schon mit die de bros öfters im gespräch kam über zeitlinien und solche technologien klar jeder hat seine eigene persönliche zeitlinie aber wenn man so im groben so sieht wo die tendenz jetzt gerade ist in der menschheit kann man es eigentlich schon auf diese zwei reduzieren und das eine ist diese technologische trans-humanistische zeitlinie auf der wir uns bewegen und zwar ich würde sagen die mehrheit der menschen weil sie sind irgendwie verwickelt in dieser hypnose von von medien und technologie und werden langsam ja eigentlich könnte sagen die geburt des internets oder ja in der jüngsten zeit fing an in dieser richtung zu leiten mit ki und so weiter und die andere zeitlinie wäre dann was ich halt die naturbiologische zeitlinie bezeichnen die zeitlinie die wir als menschen eigentlich noch gar nicht verwirklicht haben wo wir dann diese besonderen fähigkeiten die wir verschlüsselt in unsere dna diese versteckten fähigkeiten die wir ausnahmsweise in in diesen wunderkindern und so weiter und menschen da draußen sehen aber dass diese diese keine anomalien sind sondern anscheinend ist unser erbe dass wir eines tages in eine andere bewusstseins liga wenn man so sehen eintreten und dann in diesem neu also das wirklich ein neues zeitalter eine jungfräuliche zeitlinie betreten die noch nie jemand erlebt hat und diese zu verwirklichen und die steht genau im konkurrenz jetzt zu dieser anderen das ist eine art zeitlinien krieg könnte man sagen und das um das berichte ich ja super das ist jetzt eine anteaserung dessen was wir gleich genauer besprechen werden aber vielleicht noch mal zu looking class an sich du hast schon gesagt das ist eine kunst komplexes wissen einfach zu vermitteln und das ist dir wirklich toll gelungen finde ich auch großartig und wenn ich richtig erinnere hast du auch mal gesagt du hast dich ja mit sehr vielen prophezeiungen und ufo legenden und allen möglichen dingen beschäftigt und das findest du aber das am besten verifizierbare also wirklich eine sehr gute seriöse art und weise magst uns mal so ein bisschen erzählen looking glass vielleicht so ein bisschen zusammengefasst wo kommt es her wie ist das entstanden wie sind die menschen darauf gekommen was waren so die schritte in der geschichte also die technologie selber es kann man beschreiben als ein technologisches gerät zum einen und zum anderen ist es funktioniert das gerät nur im zusammenhang mit positionierung in der nähe von was man als so sternentore stargates bezeichnen kann das sind so naturphänomene also ich glaube es gibt leute die können dass viele leute also es gibt leute die sich medial begabt und empfinden haben dass die können solche portale so eine energieplätze spüren und es gibt plätze auf der ganzen erde unterirdisch über erde auch außer außerhalb der atmosphäre gibt es diese diese vortex das sind so portale könnte man sagen und diese portale haben eine besondere eigenschaft und im zusammenhang mit diesem technischen gerät produzieren sie eben eine eine darstellung eine holographische darstellung von zeit zeitlinien abläufe zeit abläufe und die wurde uns wie sind wir darauf gekommen ja so von menschen her gesehen gab es ein whistleblower der vor 20 jahren erschienen ist der heißt den bursch der war ein mikrobiologe der wurde für ein besonderes projekt von einer gruppe eine geheimgruppe die heißt majestic 12 das ist so eine geheimgruppe der geheimgruppen könnte man sagen so die übergeheim gruppe wurde auch im packing format schon darüber berichtet haben wir schon ein bisschen darüber berichtet und die ist entstanden eigentlich in den 40er jahren als als über amerika und auch andere teile der welt aber jetzt mit bezug auf amerika fingen an diese objekte über den himmel zu besichtigt werden und und die haben natürlich auch piloten drin und das hat dazu gehört es gab auch roswell 2 und alle möglichen weiter es gab es gab eigentlich ganz viele und im prinzip standen da am ende bis 1954 sieben abgestürzte objekte in beschlagnahmung dieser gruppe und auch ihre piloten meist die meisten sind gestorben aber es gab überlebende piloten und diese geschichte von den piloten hat dazu geführt dass diese dass diese gruppe majestic das dokumentiert hatte und versucht hat wer sind die piloten wo kommen die her und es hat sich festgestellt dass das so außerirdische waren zum einen aber technisch gesehen eigentlich nicht weil sie sind theoretisch zukunftsmenschen sind sie drauf gekommen und das war ich glaube der große schock war wie kann das sein die sehen ja gar nicht wirklich aus wie menschen die sehen eher aus wie diese verstümmelten grays die man so und diese et bücher und so weiter und sendungen sieht aber das ist ein schein ein scheinend wie die menschen nach 45 und 50.000 jahren im all also exposure würde man sagen auf englisch aussehen und sie waren hier zurückgekommen für ganz konkrete gründe und diese geschichte ist sehr faszinierend weil es hat damit zu tun was jetzt gerade auf uns in unserer gegenwart auf uns zukommt das wurde von denen berichtet mittels ein ein gespräch und dieser den bursch eben ist so ein hauptcharakter dabei weil er wurde als mikrobiologe in area 51 beauftragt mit einem von diesen überlebenden zusammenzuarbeiten um ein problem ein biologisches problem das das dieses wesen hatte und das nennen die jrads die wesen heißen jrads und er hat mit diesem jrads zusammengearbeitet um neuropathie heißt das neuropathie also das ist so eine krankheit nervenkrankheit zu heilen und im laufe seiner arbeit mit dem mit ihm über mehrere jahre kam es halt zu telepathischen kommunikationen die auch dazu geführt hat dass alles wurde alles dokumentiert und im laufe dieser gespräche wurde preisgegeben dass es dieses looking glass technologie dass es die gibt wo sie zu finden wäre ähm und und was genau damit bewirkt werden könnte und so ist das so hat das angefangen ja sehr spannend und diese zukünftigen menschen die in unserer zeit zurückgereist sind sind die zurückgereist weil sie uns jetzt nochmal neu informieren und inspirieren wollten dass wir auch den richtigen weg gehen oder was ist so der grund aus diesen sichtweise die gruppe es gibt es gibt es gibt verschiedene gruppierungen und die sind alle die haben alle ihre eigene agenda okay und eine agenda könnte man sagen ist eine art alliierung mit den illuminaten das ist eine gruppe äh und die andere gruppe will uns damit helfen ähm dass wir zu einem höheren bewusstsein stand kommen und das sind so die nachkommen der der ähm spirituellen menschen unserer gegenwart ja ja spannend okay und dann äh okay dieses looking glass dieses gerät wurde das sozusagen von den von den menschen erbaut oder wurde es eher gefunden oder erfunden wie ist das entstanden ja es gab so baupläne okay und die baupläne wurden nachgebaut ab den 60ern und es wurden die wurden verfeinert und ähm in den 90er jahren fingen sie wirklich sehr kräftig damit an zu arbeiten und versuchen die zeitlinien so zu äh lenken oder so zu beeinflussen dass es zum vorteil derjenigen führt dass wir waren halt diese illuminaten weil die haben eigentlich für sich selbst diese technologie geheim geheim gehalten wie es halt so immer ist ja thomas die guten sind draußen und die börsen sind irgendwie in der inneren haben sich irgendwie reingebogen und so weiter und dann sind sie jetzt im besitz von dieser technologie und man hat also gewisse interviews über die jahre über diese technologie haben vermittelt einer ein whistleblower der rauskam hat hat gesagt dass es ein problem gab dass ein 2012 alle zeitlinien in eine kommen und das ist dann eine das ist dann zu einem ereignis führt und das ist die dass die menschheit aufwacht und und die ganzen pläne dieser bösen elite durchschaut und dann ist es aus für sie und dieser einer typ der hatte die aufgabe war nicht der fall ja war eben nicht der fall man sieht ja wir sind ja nicht aufgewacht 2012 ja alle haben also viele haben erwartet dass da jetzt was großes passiert ist es halt nicht passiert ja und deshalb gibt es dann die tatsache ist dass es fehlinformationen gibt also agenten oder die nur leute die beauftragt sind fehlinformationen in den fluss hinein zu geben damit wir verwirrt bleiben ja dita bröers hat ja mal so schön gesagt sinngemäß ja in 2012 wird sich alles ändern die frage ist nur wann ist 2012 genau das ist eine gute frage ist das jetzt ne also diese zwei zeitlinien wie kann man das verstehen also ich kenne ja auch die theorien von parallel universen mein gefühl ist immer so dass ich denke nee ich glaube da eigentlich nicht so sein ich glaube es gibt ein universum aber viele parallele welten aber wie ist das zu verstehen mit diesen zeitlinien ja du kannst es so sehen dass die zeitlinien ja diese theorie über multi welten und in der art infinitum also dass es wirklich eine unendlichkeit gibt in zeitlinien multiversum multidimensional das kommt aus ich habe das ein bisschen nachverfolgt weil ich für lange zeit ja das ist so gehört zu der quantenphysik so ein bisschen in der richtung und war halt sehr spannendes thema und wenn man danach nachblättert kommt man drauf dass dieses multi welten prinzip auf basis von vom big bang entstanden ist also die idee dass die 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 moderne wissenschaft glaubt eben dass der ursprung sondern so ein big bang war weil es kein es gibt keine schöpfung weil die glauben also die die wissenschaftlern bekanntlich sind ja atheisten oder agnostisch also die glauben an keinen schöpfer keine schöpfer kraft und und bei erweiterung dass wir dann auch wirklich nichts besonderes sind wir sind einfach nur zufall zufall wirklich gutes wort auf deutsch also atome steine molekule sind zusammengefallen über eine ewigkeit und dadurch also die tatsache dass das universum um uns herum so verdammt perfekt ist alles ist super unglaublich konnten die wissenschaftler das nicht mit einer also dass sie an keine schöpfung glauben konnten sie das nicht vereinen als ein einmaliges geschehen es könnte es ist niemals möglich gewesen laut der wissenschaft dass es in ersten gang so perfekt gelandet ist wie wir es haben und deshalb haben sie dann gesagt okay es gibt dann halt es kann keine eine zeitlinie geben es muss multi welten geben es heißt es muss jede sekunde in so einem großen bubble bath und form von unendlichkeits big bangs in jedem augenblick geben und in der unendlichkeit in den multi multiversen von verschiedenen wegen ist dann durch zufall eben einmal wir entstanden ja bewusst sein finde ich super den gedanken wir uns da auch schon mal drüber unterhalten haben auch gesagt in modernen superheldenfilme avengers und so da gibt es diese multiversen man fühlt sich da wirklich verloren ja eben da ist keine kosmische ordnung mehr sondern es ist alles irgendwie nur noch chaos das scheint ein bisschen vermittelt werden zu wollen wenn mein herz mir auch sagt dann ist es eine kosmische ordnung es ist alles miteinander verbunden natürlich gibt es gott und es gibt engel die die schöpfung herstellen und all diese dinge die geistige welt von der ja auch kaum noch gesprochen wird auch in verschwörungskreisen wird das oft vergessen dass es ja auch die geistige welt gibt also diese diese subtile energetische welt also die geistige welt ist halt nicht wahrgenommen alleine dass jetzt auf wikipedia alles homeopathische als pseudo wissenschaft eingestuft wurde ist einfach der beweis dafür thomas dass das ein krieg gegen diese spirituelle welt jetzt gerade gibt ja es gibt diesen diesen versuch uns also diesen glaubenssatz auszulöschen als einfach pseudo wissenschaft oder pseudo information oder was weiß ich ja also einfach nur auf englisch gesagt ja und und deshalb also ich finde das ist interessant weil man das nennt man heliosphärisches modell und das der vorgänger zum heliosphärischen modell war geozentrisches modell da hieß es dass die erde im zentrum ist und alles dreht sich um die erde natürlich klingt absurd aber wenn du wieder gesagt nachblätterst kommst du auf ernst mach und ernst mach hat gesagt egal du kannst es mathematisch sowohl das heliozentrische wie auch das geozentrische ausrechnen ja das ist schon spannend das fand ich zum beispiel überraschend weil ich habe gedacht warte mal ist doch logo dass wir uns im unendlichen all bewegen und so weiter aber aber eigentlich wenn es gibt so eigentlich mehrere ansatzpunkte das zeigt wenn du es anschaust dass wir wirklich tatsächlich je mehr sie schauen es sieht fast so aus als ob wir tatsächlich mindestens unser solar also ein stern system im zentrum des ganzen ist und alles dreht sich um uns das wäre doch was und auch der einstein hat gesagt man kann kein optisches experiment durchführen das beweist dass die erde sich bewegt durch das alle und also dass das sind sachen die stehen da einfach da draußen die werden nicht angezapft weil es geht darum dass die ganze wissenschaft eigentlich wieder auf dem kopf gestellt würde und jetzt haben sie sich so lange durchgesetzt und etabliert mit ihrer mit ihrer sicht des heliosphärisches konzept dass obwohl es 10 zum 120 in fehlern in dem modell gibt bleiben sie dran hängen weil sie nicht wieder anfangen wollen und alles wirklich doch von einer geistigen spirituelle perspektive angehen wollen ja und das ist das ist eben wieder zusammen reduziert auf diese zwei zeitlinien ja genau sehe ich genauso also man sieht es ja diese materialistische sichtweise nahtoderfahrung haben mehr als vier million menschen hatten in deutschland eine nahtoderfahrung und die wissenschaft sagt ja immer naja das sind so halluzinationen obwohl es da so viele beweise gibt oder wieder schon gesagt hast urknall das ist so dass establishment da ist es gang und gäbe aber auch das klingt kann hinterfragt werden es gibt ja so hinduistische bild modelle wo gesagt wird es sei ein einatmen oder ausatmen ja es ist ein kommen und gehen an werden und ja also vieles kann hinterfragt werden okay die zeitlinien was sind das für zeitlinien wie können wir das besser verstehen ja die zeitlinien also wenn wir jetzt mal die materialistische zeitlinie betrachten da geht es wirklich um ein programm das jetzt in der öffentlichkeit in der jüngsten inkarnation es gibt ja keine bilderberger mehr die sind ja irgendwie verschwunden in luft aufgelöst jetzt gibt es nur noch klaus schwabsters und die wef wie ich sie nenne und sie verwirklichen momentan ihr weltbild dass das basiert auf etwas dass man auch agenda 21 bezeichnen könnte und in innerhalb agenda 21 gibt es verschiedene abstufungen in eines diesen eines dieses diese abstufungen ist das jahr 20 30 und das ist so eine so ein meilenstein worauf hin sie hin zielen und in diesem materialistischen bild wollen sie unsere gesellschaft also die nennen sie ja great reset ja es gibt in der natur auch great resets du könntest sagen noah und die archi war ein great reset einer art aber jetzt in der modernen zeit gibt es ein neues great reset und das hat damit zu tun dass dies das finanzielle system und das gesundheitssystem und das bildungssystem und ernährungssystem momentan im riesenwandel sind und zwar vom analogischen biologischen zu einem künstlichen also wirklich im sinn von biologisch welt wollen sie uns fusieren die transhumanisten wollen ja die sehen ja den menschlichen genom als ein fehlerhaftes organismus und wollen es ausbessern dadurch dass sie in unserem körper technologie eingeben eine art roboter welt mikro nano größe die und uns von innen umbaut auf der genebene so dass wir also wirklich transhumanistisch um unsere biologie biologie wird angegriffen also deshalb sage ich ja wir sind tatsächlich am ende möglicherweise von der biologischen menschheit wenn wir nichts wenn wir nicht irgendwie aufwachen und was dagegen tun weil sonst wenn die das schaffen schaffen die das erstens dort zweitens gibt es dann eine nur eine eine impfung bedingte immunität weil das menschliche immunsystem ist nicht mehr fähig gegen diese großen großen erreger feindliche welt der biologie anzutreten und deshalb haben sie da hilfe von der pharmaindustrie und das andere ist dass das geldsystem von kriminellen beherrscht wird weil es eben viel zu viel bar noch hat und der einzige weg diese kriminalität zu bekämpfen die es in der welt da draußen gibt ist es alles auf digitale weise umzuwandeln so dass jedes jedes euro digitaler euro oder dollar oder yen oder wie auch immer rubel wird dann eins zu eins mit deiner biologie verknüpft ja du hast deine biologische idee die hat nur du und dann kann kannst du keine transaktion mehr durchführen die nicht so sichtbar ist du kannst keine anonyme transaktion mehr machen und das andere ist das bildungssystem wir haben schon ein bisschen angesprochen wo wir von einer welt des spiritualismus weg in eine welt des pure materialistische weltbild einsteigen und diese diese komponente bilden eben die transhumanistische zeitlinie ja okay das ist natürlich eine starke kraft da weiß man da ist sehr viel geld dahinter das wird unglaublich viel forschung ich glaube es wird kaum so viel forschung das geld ausgegeben als für transhumanismus das weiß man nicht aber das ist einfach wichtig daran zu erinnern ja also mal leute checken nicht sorry dass ich dich unterbreche weil ich wollte ja weil es geht hier oder ki ist ja ein wichtiger faktor ja praktisch gesehen man muss ja gar nicht in die esoterik einsteigen hier das ist eigentlich wirklich alles nachweisbar das ist keine verschwörungstheorie diese sachen existieren thomas und die ki spielt eine große rolle weil eben ki ich habe gerade wieder statistik gelesen ich sage immer in den nächsten 20 jahren wird sich unsere gesellschaft zum punkt wenn wir weitermachen entwickeln dass 70 bis 80 prozent der bevölkerung überflüssig sind jobmäßig weil jobs werden dann alle von ki besser und billiger und schneller und ohne urlaubsgelder und so weiter gemacht und wer dann ja befreien könnte könnte im besten sinne aber deshalb ist ja jetzt die frage was machen denn unsere führer was besprechen die was ist denn der plan und ich sehe keinen und ich habe den jüngsten prognosen stehen ja schon bei zwei bis drei jahre also das sind 20 jahre sehr konservativ zwei bis drei drei jahre werden zehn bis 20 prozent der bevölkerung kein job mehr haben okay jetzt kannst du wieder einspringen wunderbar ja ja das ist also die eine entwicklung und das macht einen angst und wenn man da stehen bleiben würde wenn es nur diese zeitlinie gäbe da gehen ja auch viele davon aus viele werden dann als verschwörungstheoretiker bezeichnet was natürlich nur ein schimpfwort ist man weiß das wort wurde erfunden ich glaube bei bei nach dem kennedy im wort hat die regierung beschlossen wir erfinden das wort verschwörungstheorie irgendwie sowas war aber gut und wichtig finde ich eben beide seiten zu zeigen und es gibt eben auch eine lichtvolle nach hoffnungsvolle seite das ist die die ich immer am schluss sage weil schlusswort natürlich wenn ich jetzt unterbreche ich finde sie auch wichtig erst mal zu zeigen okay was könnte im schlimmsten fall passieren die augen öffnen schaut euch an wenn wir tatenlos zuschauen dann kann es in diese richtung sich entwickeln aber es muss eben nicht nein weil alles hat ja jen und jen ja und schwarz und weiß und dunkel und licht und die dunkle schattenseite die die mit der muss man sich halt beschäftigen also das ist ja so man kann sich nicht den kopf in sand stecken und glauben go away go away also es gibt diese schattenseite und die schattenseite hat ihre pläne und sie verheimlicht sie gar nicht mehr sie war mal so verheimlicht dass es dann wirklich genau eine verschwörung war aber man wird man hört öfters und sieht öfters dieses meme da draußen dass die verschwörungstheoretiker heutzutage als propheten bezeichnet werden müssten aber die andere seite eben der andere seite des groschen ist es eben diese spirituelle zeitlinie und das ist diese zeitlinie wo wir uns als schöpfer wirklich entfalten genau und bevor wir darauf eingehen noch mal eine zwischenfrage sind das jetzt wenn ich es richtig verstanden habe zwei verschiedene zeitlinien die durch the looking glass erkannt wurden kann man das so sagen ja das ist genau richtig zu zeichnen ja das sind zwei linien die sich da entwickeln es gibt sogar prozental also wie sagt man probabilities also die anzahl von also die wie sagt man das auf deutsch probabilities also die wahrscheinlichkeiten aber die wahrscheinlichkeiten prognose von der einen im vergleich zu der anderen ja das ist natürlich schlechte kartenauswahl das offensichtlich ist viel größer im spiel und diese subtile welt des spiritismus also diese andere welt ist eben kleiner und weniger aber wie gesagt ein großer dunkler raum kann auch mit einem mit einer kerze beleuchtet werden ja so ist es und wenn jetzt ganz viele dieses video sehen und sich jetzt mal auf die positive richtung konzentrieren dann können wir auch schon was bewirken so ein video kann ja auch schon was bewirken insofern es kann ich bin absolut zuversichtlich deswegen dass es das kann und ich habe es auch schon ich glaube man sieht es auch schon ein bisschen man sieht ja diese schritte die 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 lichtvolle welt jetzt gerade diesen diese erfolgserlebnisse die wir haben wir sehen ja draußen der welt schon einigermaßen von dieser dunklen welt bricht ja ein bisschen zerbröckelt gerade ein bisschen ja in der tat und ich beobachte ja ich bin ja mittendrin in der spirit szene da gibt es viele neue gemeinschaften es gibt immer mehr menschen die fein feiner hellsichtiger werden medialer werden muss man natürlich auch aufpassen medial in welche richtung ja mit dem gott mit dem göttlichen verbunden sein das ist immer so wichtig aber es tut sich einiges ja das stimmt ja und es müsste sich aber auch was tun thomas war wenn also wenn nicht dann wäre es wirklich hoffnungs wenn wir nichts sehen würden da draußen keine arzt erbröcke oder verunsicherung der anderen seite dann hätten wir richtig riesiges problem ja dann wäre es eigentlich schon vorbei meines erachtens ja und wir haben jetzt noch ein zeitfenster und dieses zeitfenster dient uns jetzt dazu ganz am ende könnte man sagen bevor weil diese transhumanisten werden ihre ziele in den nächsten in der nächsten generation verwirklichen also die werden tatsächlich in 20 jahre ein wesen schöpfen das genau ein eigenes bewusstsein hat aber künstlich ist und das ist abschnitt den es noch nie gab und sobald das passiert und diese gesellschaft da in dieser richtung umstellt dann ist schon vorbei also wir haben jetzt das zeitfenster noch zu bestimmen miteinander zu reden und zu sagen was für eine welt wollen wir und der größte teil von verwirklichung dieser neuen welt die wir eigentlich wirklich wollen diese menschliche welt ist fängt mit einbildung an visualisierung wir müssen das visualisieren wir müssen zum einen eine idee haben wo wir uns eigentlich befinden wollen was für gefühle was für auch technologien also teile was was ich machen der in der zeit wo ich auf diese sendungen bin in amerika wir sprechen öfters über technologien die es schon gab vor 100 jahren die eigentlich alle probleme die wir jetzt gerade haben energie probleme gesundheitsprobleme umweltverschmutzung lösen hätten können wir sind ja freie energie gibt es einige erfindungen viele erfinder werden und wurden verfolgt aber das muss ja nicht so bleiben ja wenn ja ins bewusstsein der menschen kommt dann passiert damals hatten wir kein internet wo wir miteinander wo es dann schwieriger gewesen wäre das auszulöschen ja genau damals vor 100 jahren konnte es zum plan ein paar zeitungsartikel schreiben und denjenigen oder diejenigen als den bösewicht darstellen ein betrüger und dann schon wäre es gegessen ja aus fertig keiner traut der person noch aber heute tag haben wir glücklicherweise technologien wie internet immer noch für auch da wird angegriffen wo wir uns austauschen können sagen das stimmt nicht weil wir könnten mit dieser und dieser quelle vergleichen deshalb empfehle ich leute immer nicht gleich weiter zu klicken etwas das absurde oder abstrakt oder eine botschaft hoffnungsbotschaft ist weiterzuleiten weil öfters stellt sich fest das ist hopium das ist nicht wahr und man kann man kann aber schnell mit fünf oder zehn minuten forschung eine doppelt dreifache bestätigungsquelle finden und dann kann man es verstärkt in die welt sendung und austauschen und je mehr wir uns so austauschen und diese tatsachen über technologie die es wirklich geben hat gegeben hat und auch geben könnte jetzt können wir druck machen wir können druck machen mit unseren politikern wir können ihnen zeigen was es so gibt wir können ihnen auch zeigen was sie noch was zu befürchten ist weil wahrscheinlich haben sie keine zeit öfters siehst du ja die ganzen beamten sind ja überfordert und die haben keine zeit in ihrem fachbereich zum teil ja gar nicht aus das merkt man sich total gar nicht aus und sie deshalb haben sie ja diese think tanks leider sind sie immer wieder von wef gefördert think tanks von bill gates und seine freunde kommen dann irgendwelche beamte hin und beraten dann unsere gewählten führer und die glauben das sind die experten aber wir haben ja genauso gelegenheit ihnen zu beraten wenn man so will ja und wir müssen darauf bestimmen dass das unser recht ist bevor sie uns das endgültig auslöschen weil sie versuchen auch da anzugreifen mit freie mit der freien meinungs das rechte freie meinung der freien rede und das freie schrift ja das sind noch unsere menschliche rechte und die haben wir noch beschränkt aber wir sollten wir sollten diese verwenden um die ideen hier zu verankern weil das ist ein anderer bestandteil der neuen zeitlinie wir sind ja nicht nur materiell sondern wir sind geistig und wir sind energie und frequenz und als frequenz haben wir eine pflicht diese frequenz diese höhere frequenz zu verkörpern in dem sinne und hier zu verankern wir sind frequenz anker und je mehr von uns diese frequenz hier verankern je mehr geht diese wahrscheinlichkeits prognose in uns zu unseren gunsten abblüht sie auf und es fangen sachen auf der anderen seite irgendwie so wie murphy's law nicht so zu gehen auf dem zeitpunkt oder dem timetable den sie wollten auf einmal funktioniert nicht alles so reibungslos wie damals weil eben dieser geistige widerstand auch sich aufhebt und jetzt ist die zeit dass wir uns als menschen individuell jeder einzelne von uns aufhebt weil du kannst nicht warten bis irgendwelche white hats oder irgendein neuer führer oder jesus oder die itis landen egal welche form dieser dieser retter nimmt das ist immer das problem gewesen wenn wir uns auf seine retter aktion verlassen dann wird das manipuliert und wir werden manipuliert aber jeder einzelne von uns hat ja die fähigkeit zu sagen ich bin kein knecht mehr zu irgendeiner versklavungs ideologie ich bin ein schöpferwesen und ich will meine freiheit jetzt ausdehnen und ich will mich mit anderen zusammenbringen die das auch wollen und wir nehmen das nicht mehr in kauf wir machen da einfach nicht mehr mit fertig aus die linie ist hier und es gibt neun milliarden von uns thomas was wollen sie was wollen sie da tun wenn er mehr aus fertig wir machen da nichts mehr bis jetzt hat es immer funktioniert weil sie verwenden immer angst und panik mache und der covid panik geschichte pandemik war ja perfekte angst porn wo sie ein unsichtbarer feind um jede ecke wo erst mal die mehrzahl alle menschen mitgemacht haben aber mittlerweile zum glück hinterfragen es auch immer mehr menschen ja also finde ich sehr spannend das heißt also in der spirituellen szene wird ja oft gesagt es geht sowieso alles ist lichtvolle evolution wir müssen gar nichts tun das ist wunderbar während du schon sagst nein wir sind die menschen die entscheiden in welche richtung es geht und wenn ich dich richtig verstehe ist es also wichtig zuerst mal zu erkennen in welcher welt befinde ich mich was sind dafür dinge und zweitens zu erkennen was ist mein licht was kann ich geben und drittens und ich glaube das ist der entscheidende punkt und da kommen wir vielleicht alle erst hin aktiv zu werden auf eine positive art und weise aktiv zu werden um die welt zu einer besseren welt zu machen oder ich glaube der schritt der steht jetzt an und das ist vielleicht gerade das jahr 2023 wo ich auch spüre das hat jetzt eine neue dynamik ja ganz genau so sehe ich das auch weil ich wäre ich bin irritiert von diesen ganzen botschaften nazara jazara you know trump und was die white hats und so weiter ich habe das schon also ehrlich gesagt thomas ich rede schon spirituelle bücher und esoterische metaphysische in ideen für 40 jahre ja okay und ich habe schon in den 80ern gehört dass es alles so böse war und jetzt kommt endlich die white hats und räumen auf okay oder wir steigen in die fünfte dimension auf und so weiter und ich weiß auch mittlerweile durch meine meine arbeit in diesen in diesem grenzen themen dass es absichtliche strategien gibt von der anderen seite die ganzen zähnen zu befruchten mit fake messias ja leute die einfach so tun als ob aber sie bieten dir nie wirklich die lösung an für dich selber dich selbst aufzuheben die sagen immer dass das und das musst du machen und diese gruppe erst muss das passieren oder wir warten oder wir haben es im griff das ärgert mich so weil ich verstehe also sozusagen da da kann man ja noch mal genauer hinschauen welche prophezeien und botschaften gibt es da gibt es einmal welche die einfach nur sagen es ist alles gut es wird ihr alles gut du musst gar nichts tun du kannst dich entspannen und die anderen die sagen werde aktiv und das ist wahrscheinlich das wichtige oder aus deiner was was haben die hobbys uns gesagt ja wir sind die jenige auf der wir gewartet haben was bedeutet dass wir sind diejenigen nicht da drüben sind diejenigen auf der ihr gewartet habt die kommen das steht nicht in der hobbys prophecy ja wir sind die und deshalb wenn wir einzeln jedes von uns aufwacht und auf also aktiv wird einfach einschalten ja und sagen wow jetzt was kann ich machen weil ich kann nicht für dich bestimmen was du jetzt zu tun hast thomas ja du machst es ja schon du hast es gesehen du lebst dein deine vision und deine deine aufgabe und sobald du da ein irgendwie in resonanz mitgetreten bist dann kommen ja die ganzen komponente dann noch dazu die dir gefällt haben die werden vom universum zugeliefert wird also ein großer gedanke von dieser neuen zeitlinie ist auch dass das universum und wir eigentlich eins sind nicht in dem sinn nur von quantenphysik ja die quantenphysik hilft uns das ein bisschen zu bestätigen wenn wir als eso freaks bezeichnet werden können wir oh ja eine quantenphysik steht da und so weiter aber im prinzip man sieht ja jetzt gerade ein kosmisches spiel dass ich mit dieter broshof das gesprochen habe besprochen habe dass man jetzt gerade zu diesem zeitpunkt ja nicht nur eine gewisse aktivität vom kosmos erlebt gewisse strahlungen frequenzen und so weiter die normalerweise giftig und schädlich für uns sein könnten aber die kommen jetzt gerade auf uns zu in einem maß der noch nie so war oder mindestens seit langer 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 zeit zufällig zum genau gleichen zeitpunkt als wir uns in einem in einer gewissen stelle im kosmos befinden wo wir mehr von denen abbekommen würden also weniger hinter hindernässe während gleichzeitig unser magnetfeld sich abbaut und uns und das heliosphäre der sonne einschränkt das heißt alles spielt irgendwie für uns weil genau diese frequenzen haben anscheinend eine wirkung auf biologische teile körperteile von denen wir sehr wenig wissen die in unserem körper eingebaut von jedem wie von einem schöpfer gehen einfach installiert wurden das ist unser hardware und software in unserem körper wird jetzt gerade aktiviert und die mehr sie müssen einfach checken wenn du jetzt meditierst und visionen hast dann hast du mehr schub als jemals jetzt haben wir die perfekte bedingung wenn du surfer bist hast du jetzt die perfekten wellen ja wir haben jetzt die perfekten wellen von frequenzen und wir könnten dieses surfen in dieses neue bewusstsein und das müssen wir aber aktiv tun ja ja das ist spannend genau also insofern spricht die evolution schon für uns die spirituellen lehren sprachen ja auch von kali yoga dass wir jetzt allmählich hinter uns haben und ich bin auch schon lange begeistert von lehren von wieder bröers wie du schon sagst der sagt es ist einfach eine energetische wirkung die schwingung erhöht sich und das hilft uns auch auf diesen bewusstsein sprung aber ich merke so deine botschaft ist aber trotzdem du musst dich als einzelner menschen entscheiden diesen lichtweg zu gehen und das wird auch gut werden aber es kostet manchmal auch mut ja grenzen überwinden alte ängste zu überwinden oder auch mal die angst abgelehnt zu werden aber nein ich sage auch immer mein motto ist immer lass dein licht leuchten ich habe da auch so kurse im angebot mir geht es auch darum und was ist jetzt so die positive zeitlinie was wird da so ein bisschen erzählt wenn wir also sagen wir mal doch alles richtig machen was können wir da für eine welt erwarten also ich glaube da ist eine welt wo wir mehr auf statt global wieder mehr ins lokale kommen wo nationalität kein böses wort mehr ist sondern dass wir uns zelebrieren in unserer individualität also die individualität baut ja von dir aus zu deiner familie und dass der familienstand und die das gefühl eine eine familie zu gründen und eine große familie zu erleben zu wollen und und kinder in der welt zu bringen zu schöpfen die diesen diese gesunde gedanken in die welt tragen das kann ich glaube das wird wieder ein comeback haben momentan gibt es ja weniger und weniger familie sogar frauen die sich absichtlich genau entschieden haben niemals wieder babys zu haben weil sie sind ja alle klimaschänder also diese gedanken wir werden durch diese fiktiven narrativen durchbrechen und irgendwann wird es dann den punkt geben wo es dann nicht mehr aufzuhalten ist wo die ganzen narrativen die uns als angstporn vorgeworfen wurden um uns einzuschränken die werden eins nach dem anderen zerfallen und wir werden dann auf einmal sehen hey warte mal okay wir haben neue technologien die welt die umwelt wurde verschmutzt sie wurde verbraucht das musste nicht sein aber der menschliche erfinderische erfinderische geist ist ja genial und ich bin absolut zuversichtlich dass in der neuen zeitlinie erfindungen aufkommen die dann nicht mehr blockiert und eingeschränkt werden weil sie eben nur mit finanziellen mitteln wenn sie ein gewinn für die investoren geben dass erst dann in die welt kommen sondern es wird eine zeitlinie sein wo erfindungen rauskommen die einfach der welt dienen der menschheit dienen die uns mehr freiheit geben indem wir als nicht die halbe das halbe jahr arbeiten müssen nur um den strom und was immer um uns herum also benzin und also mit diesem ganzen was wir immer betreiben müssen markt das wird wegfallen wir werden viel mehr energie für uns selbst investieren können vielleicht in die ki jetzt ein bisschen das thema dass wir ki so zähmen dass ki uns zur seite uns im dienst steht und sachen erledigt die wir selber nicht mehr erledigen wollen damit wir mehr in die geistige ebene steigen können damit wir mehr zur ruhe kommen weil momentan in dem in dem stressigen wer in weltbilden diese zeitlinie sind wir die dauerstress und wir funktionieren ja gar nicht mehr richtig wir sind ja so irgendwie nur im reagieren und in der neuen zeitlinie wird das wegfallen wir werden dann nicht mehr so reagieren sondern wir werden einfach einatmen und sagen so was wer bin ich denn eigentlich wirklich ja was will ich denn in meiner art und weise zu der welt beitragen dass es noch mal mehr bereichert als es schon bereichert wurde wunderbar toll ja also wir können hoffen aber es liegt auch an uns vielleicht zum abschluss wollte ich noch mal nicht persönlich fragen du gehst ja ganz die hinein in die themen und bist schon manchmal mit erschreckenden themen konfrontiert wie schaffst du es eigentlich wieder dann in deiner ruhe oder in deiner kraft zu bleiben was gibt dir kraft weil ich finde auch ich habe ja ein vortrag von dir erlebt das ist so eine positive energie die du vermittelst und trotzdem bist du ja die ganze zeit mit echt heftigen themen in verbindung wie findest du da dein gleichgewicht wieder zum einen bin ich ja musik muss ein musiker und ja ich nehme mir dann zeit um mit gehirn herz cohesion zu bekommen da setze ich mich hin mit einer hang drum oder irgendwas und dann komme ich in in diesem in diesem in diesem in diesem einklang mit mir oder ich gehe also ich bin jetzt kein großer meditierer aber ich gehe gerne in die landschaft mit einem guten stück musik und ich gehe und ich sehe bilder und ich krieg dann visionen über wie diese neue welt aussehen wird und diese diese wirklich diese wirklich unglaublich toll aus und die erlebnisse die ich in meinem in meinen fantasien so habe das sind wirklich freude erregende energien die ich da habe oder sehe und zum einen wenn ich jetzt mich mit der schatten seite beschäftige dann freut es mich dass ich das jetzt kenne weil ich freue mich auf den moment wo ich diesen fiction ausschalten kann damit wirken kann das endlich auszuschalten und das das ist auch etwas das mir große freude bereitet ich mag irgendwie den den bösen das böse irgendwie richtig zu stellen in seinem platz ich war schon immer an der schule jemand der wenn irgendeiner jemand anders irgendwie probleme gegeben hat dann habe ich versucht irgendwie dazwischen zu kommen und das auszugleiten ja und das ist wo ich irgendwie das ist meine energie also ich krieg da ein kick wunderbar ja wir sind schon genau in der richtigen zeit inkarniert und auch in der richtigen ecke der welt und ja helfen vielleicht aber wirklich so ein bisschen mit diesem wandel toll du machst es großartig ich danke dir sehr war ganz toll dich jetzt mal im gespräch kennenzulernen werde deinen weg weiter verfolgen wie sagte ich glaube im märz wird es seminare auch von dir geben und und auch ein bald ein film da bin ich auch sehr gespannt also alles gute dir danke für das gespräch war voll schön dir zu begegnen ja danke thomas war mir eine große freude mit dir ein bisschen zu ratschen über die ganzen sachen wunderbar dankeschön alles liebe dir alles liebe euch